Westwall, Maginot-Linie. Das Elsass war Schauplatz einer bewegten, oft blutigen Geschichte. Allein zwischen 1870 und 1950 wechselte die Region viermal die politische Zugehörigkeit. Wir sind Franzose, nur Deutsch, nur Deutsch und wieder Franzose. Wir sind uns mitgewollt und das Dritte Reich kennt. Eine finstere Geschichte, die noch lange nicht zu Ende erzählt ist, sagt Benjamin Steinmann. Und so hat er angefangen, die der Malgré nu zu erzählen. 1940, nach der Besetzung Frankreichs durch die Nationalsozialisten, wurden Elsässer und Lothringer völkerrechtswidrig zwangsrekrutiert und in die deutsche Wehrmacht eingezogen. Malgré nu, gegen unseren Willen. Ich wollte, dass man auch mal von ihrem Widerstand spricht. Der Film soll zeigen, dass die Elsässer die deutsche Uniform nicht wollten, sie nicht freiwillig angezogen haben, dass es Widerstand gab und dass viele Elsässer Familien unter der Zwangsrekrutierung gelitten haben. Es gibt viele Familien in Elsässer, die von dieser Inkorporation gelitten haben. Fatalerweise wurden die zwangsrekrutierten Männer und Frauen im Nachkriegs Frankreich lange Zeit als Mitläufer und Verräter geschmäht. Im kollektiven Gedächtnis Frankreichs sind die Elsässer oft immer noch die Kollaborateure, was absolut nicht stimmt. Wir wurden gezwungen mit Gewalt. Verweigerung war nicht möglich. Entweder du hast mitgemacht oder du wurdest an die Wand gestellt. Exekutiert. In Memoriam heißt er Low Budget Erstling. Gedreht in den Wäldern des Nordelsass mit all den Bunkern und Befestigungsanlagen, die sich bis heute durch die Landschaft ziehen. In Hunsbach, Steinmanns Heimatdorf, wo seine Mutter ein kleines Heimatmuseum eingerichtet hat. Hier habe ich die erste Filmszene gedreht, mit meinen Freunden aus Hunsbach. Auf das Thema bin ich durch viele Gespräche mit meiner Großmutter Elaine gekommen. Wir haben immer wieder über den Zweiten Weltkrieg geredet, über alles Mögliche. Und sie hat mir auch von den Malgränu erzählt, von all den Elsässern und Elsässerinnen, die gegen ihren Willen eingezogen wurden. Und ich war sofort berührt von diesen Geschichten, wollte alles darüber wissen. Ich habe angefangen aufzuschreiben. Und ein paar Jahre später habe ich meinen Freunden im Dorf vorgeschlagen, diese Geschichte, die für uns hier immer noch wichtig und lebendig ist, zu verfilmen. Und so machen sie es dann. 15 Freunde sind dabei. Am Wochenende, in der Freizeit, monatelang, in geliehenen Uniformen. Steinmann, der Kino-Fan, der nie etwas mit Film zu tun hatte, leiht sich eine Kamera und dreht kurzerhand einen abendfüllenden historischen Spielfilm. Am Anfang sollte das kein langer Film werden. Ich dachte so an 30, 45 Minuten, aber ich hatte viel Material. Zwei Jahre lang habe ich geschnitten, vertont und das alles habe ich mir im Laufe der Zeit selber beigebracht. Jetzt wird der Film auf Festivals, in Schulen und Kinos gezeigt. Er hat in Frankreich viel Aufmerksamkeit erregt und eine kleine Förderung eingebracht. Fürs nächste Projekt. Nach den Kino-Vorführungen haben mir die Zuschauer gesagt, Benjamin, du musst weitermachen, diese Geschichten zu erzählen. Ich hatte ja schon ein bisschen weitergeschrieben, ein Drehbuch über das Schicksal der Frauen, der Zwangsarbeiterinnen. Die Geschichte der Malgrélle wird er, wenn alles gut geht, im Sommer verfilmen. Wieder mit Laiendarstellern, wieder im Elsässer Dialekt, aber diesmal mit etwas größerem Filmteam. Und vielleicht schaffen es seine Filme ja auch bald über den Rhein.